Nein, ich habe die Perspektive gewechselt. Du musst in Sektor 1 besser fahren als bisher. Jetzt gehen wir hier gleich mal an einem Paar vorbei. Beziehungsweise versuchen es. Nicht nervös werden. Du kannst dir diesen Platz zurückholen. Liegst jetzt in der Mitte des Feldes. Stell dich auf harte Positionskämpfe ein. So. Ne, und jetzt gibt es dann gleich wieder diese scheiß Kurve. What the fuck? Das kann doch nicht so schwer sein. Gibt es das? Gibt es das? Das war ein großartiger Saisonstart. Dritter. Okay. Ne. Ich tu mich da brutal schwer gerade. Das war ein großartiger Saisonstart. Pusch weiter. Ja, auf dritter Platz. Genau. Großartig. Genau. Was willst du eigentlich? War nicht gut. War definitiv nicht gut. Also die WSR ist schon schwer. 470.000. Okay Patrick. Aufgrund der bisherigen Rückmeldung habe ich mich entschlossen weitere Events in dieser Rennserie aufzunehmen. Bleib bitte am Ball. Ja, mach mal das da. Zeit fahren. Da müssten wir jetzt eigentlich dann mal gewinnen. Dann machen wir das Promo-Event und das Fahrzeug-Challenge. Würde ich sagen. Ja. Doch. Komm, mach hin. Gut. Der Speed auf der langen Geraden ist der Schlüssel. Wenn du zu langsam aus der letzten Kurve kommst, kannst du mehrere Plätze einbüssen. Okay, das war mal ein brillanter Start. Ach Gott. Ich kenn die Strecke nicht. Du bist schneller als die anderen. Sehr gut. Ich bin noch nicht schneller als die anderen. Okay, das war gar nichts. Das ist ne verdammt anspruchsvolle Strecke für mir auf. Das war kein Video. Abkürzen. Das war nie und immer abkürzen. Okay, das war's. Und ich find jetzt dann die Stelle da hinten brutal schwer. Ich zeig's euch gleich welche ich meine. Ähm, die geht ja noch. Ähm, wo war die? Ähm, genau die da jetzt. Hier, hier blende die Sonne brutal. Dass man fast nicht sieht. Das hat dich Zeit gekostet. Versuch das wieder gerade zu biegen. Und ich hoffe wir bleiben auf Platz 1. Ah, und das wäre jetzt wieder kein Abkürzen. Okay, ich fahr hier auf Abwägen. Durch deinen Ausritt hast du Zeit verloren. Versuch das wieder aufzuholen. Boah, aber es reicht. Es reicht. 4 Platz 1. Du führst die Wertung an. Aber mach wachsam. Jeder wird hin. Passt. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, nutzt die Streckenführung optimal um die Bestzeit aufzustellen. Du bist schneller als die anderen. Sorg dafür, dass es so bleibt. Roger. Mach ich doch gerne. Ich freu mich schon riesig auf dem Red Bull Ring. Ich glaub das hat Zeit gekostet. Aber wir fahren ja bald auf dem Red Bull Ring. Hier in Grid hab ich schon gesehen. Das hat auch Zeit gekostet. Das hat auch Zeit gekostet. Das auch. Scheiße. Boah, das ist ne anspruchsvolle Strecke hier. Wirklich. Aber ich hab's geschafft. Mithalten. Push wenn du kannst. Mithalten. Die Wälder. Die Wälder. Schöne. Die Wälder.